Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich an diesem noch warmen April-Nachmittag hierher gekommen sind. China war lange als Weltmacht von morgen angekündigt worden. Hier ein Titel von 1957, umso erstaunlicher ist es, dass man sich über die inzwischen erreichten Erfolge Chinas noch wundert. Diese Verwunderung aber ist die Kehrseite einer fortdauernden Unsicherheit darüber, wie eine Neugestaltung der zukünftigen internationalen Ordnung aussehen könnte. Seit der Ping-Pong-Diplomatie Henry Kissingers und dem Besuch des US-Präsidenten Nixon 1972 in China zeichnet sich ein neues Miteinander, aber auch eine neue Rivalität zwischen China und den USA ab, die inzwischen deutlichere Konturen gewonnen hat. Seit der mit dem Namen Deng Xiaoping verbundenen Öffnung 1979, also seit 40 Jahren, hat sich China von der Werkbank der Welt zum Innovationstreiber gewandelt. In China sind neue Städte entstanden, ganze Regionen wandeln sich in für unsere Augen monströse Megacities, der Zementverbrauch ist ins Unermessliche gestiegen. Nicht nur die Bevölkerung altert rapide, sondern auch die Städte werden altern und neue Herausforderungen und neue Risiken zeichnen sich ab. Die weltweite wirtschaftliche Präsenz Chinas hat nicht nur die America First Rhetorik provoziert, sondern führte auch zu einem Appell an Europa, seine Stärke in die Waagschale zu werfen. Dieser Diskurs ist neuerdings ganz in den Vordergrund gerückt. Aus Anlass der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2019 titelte die Süddeutsche Zeitung das Chaos der Welt sortieren. Doch als die deutsche Bundeskanzlerin, die Volksburg China aufforderte, durch Eintritt in den Mittelstreckenvertrag, den Russland gebrochen und die USA aufgekündigt hatten, eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses zu ermöglichen, wies der Vertreter Chinas dies prompt zurück. Bleibt die Welt also im Chaos? Manche beginnen diesem Chaos mit einem neuen Unbehagen gegenüber China zu begegnen. Matthias Nass beschwichtigt immerhin am 13. März in der Zeit, wenn er sagt, der autoritäre Staatskapitalismus Chinas fordert den Westen heraus, eine Bedrohung ist er nicht, mit der neuen Nervosität in Peking muss man besonnen umgehen. Dem ist zuzustimmen, denn China ist nicht, wie die Zeit titelte, eine Bedrohung, sondern bedrohlich ist allenfalls unsere eigene Trägheit. Denn aus der Befürchtung, China sei dabei, sein Modell in die Welt zu tragen, die Empfehlungen abzuleiten, Chinas Emissäre sollten auf die Bürokratie in Brüssel verwiesen werden und nicht mehr in den europäischen Hauptstädten empfangen werden, wäre nicht nur unrealistisch, sondern auch der falsche Weg. Um dies zu erläutern, zielt die im Titel dieser ersten Vorlesung ausgesprochene Neuvermessung auch auf die internationalen Beziehungen, doch vor allem geht es um China selbst. Denn China, auch wenn es monolithisch erscheinen und von einer Partei gelenkt sein mag, ist tatsächlich ebenso vielfältig wie Europa. Unsere heutige Neuvermessung zielt auf genau diesen Umstand und folgt zugleich der Frage nach den Unterschieden zwischen Europa und China. Die Beantwortung dieser Frage ist in einer Zeit von besonderer Bedeutung, in der Stimmen laut werden, Europa müsse geeint auftreten, um sich zu behaupten. Einen besonnenen Standpunkt aber findet nur, wer sich der historischen Dimensionen vergewissert. Gottfried Wilhelm Leibniz war der Ansicht, Europa könne und müsse von China lernen. Das war um das Jahr 1700, vor 300 Jahren also. Vor 200 Jahren konstatierte Friedrich Schiller an den Ufern des Neckar, ja kein Unbekannter, der Mensch habe bereits einen Begriff der Menschheit gefunden, so schrieb er in seiner Jenenser Antrittsvorlesung, habe Zonen und Jahreszeiten durcheinander gemengt, habe Asien in Europa auferstehen lassen und, so die Worte Schillers, in den Wellen des Rheins spiegeln sich Asiens Reben. Er hätte auch Neckar sagen können. Nochmals 100 Jahre später merkten die Eliten Chinas, dass sie vom Westen lernen müssen. Dies geschah nicht nur aus einer freien Entscheidung heraus, sondern weil man erkannte, dass Chinas Schätze sonst in fremde Hände geraten würden. Als Ferdinand Freiherr von Richthofen, der große preußische Geograf, am 5. September 1868 in Shanghai von dem Dampfer Costa Rica von Bord ging und dann vier Jahre lang in sieben Expeditionen China erkundete, war das Ergebnis der Begriff der Seitenstraße, der auf ihn, auf diesen Ferdinand Freiherr von Richthofen zurückgeht, den dieser preußische Adliger also prägte und der heute wieder in neuer Vorstellung in aller Munde ist. Ferdinand von Richthofen erweiterte vor allem aber das Wissen um die Bodenschätze Chinas und in erster Linie um die Kohle vorkommen. Diese Erkundungen und deren Folgen, Kohleförderung und Bau von Eisenbahnlinien quer durch China in großem Stil, beflügelten die Industrialisierung Chinas und seiner Regionen seit dem Ende des Kaiserreichs. Das wäre eine eigene Geschichte, die noch erzählt werden könnte. Max Weber sprach von einer an die Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung, die den in dieses Triebwerk hineingeborenen einen Lebensstil aufzwingt, in dem sie gefangen bleiben werden, in Webers Worten wörtlich, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Heute wissen wir besser, was das bedeutet. Welche Perspektiven also haben wir? Seit der Zeit der sogenannten Bewegung für kulturelle Erneuerung, Chin-Wen-Hua-Yündung von 1919, befindet sich China auf der Suche nach einer Neudefinition, strebt nach einem chinesischen Traum oder nach Made in China 2025 und hat 2050 100 Jahre Volksrepublik China im Auge. Woher kommt diese Dynamik? Es fällt auf, dass China in den letzten Jahrhunderten nach einer Blütezeit unter der Manchu-Dynastie eine Reihe von Traumata erlebt hatte, die weniger mit den imperialistischen Mächten Europas, sondern vor allem mit der Unzufriedenheit der eigenen Bevölkerung zu tun hatten. China war seit dem späten 18. Jahrhundert ein Land der Aufstände und Bürgerkriege gewesen. Dies hatte auch damit zu tun gehabt, dass die Manchu-Herrscher fremde Völker integrierten und ihnen eine chinesische Identität überzustülpen gesucht hatten. Ein Thema, was bis heute virulent ist. Die Inkorporierung der Mongolen und auch Tibet ist hierfür ein Beispiel. Also anders als Westeuropa, welches sich seit dem westfälischen Frieden 1648 und dann noch einmal nach dem Wiener Kongress 1814-15 in national definierte Territorialstaaten aufspaltete, erfolgte in China ein Prozess der Integration, der dann auch um 1900 nicht wirklich rückgängig gemacht wurde. Die Mongolen blieben ein Teil des Manchu-Reiches und die heutige Ein-China-Politik ist ein Resultat dieser Tradition. Wir halten also fest, Chinas Erfahrungen mit Chaos befördern das Streben nach einem gesamtstaatlichen Ordnungsrahmen. Um diese historischen Zusammenhänge auszuleuchten, sei hier ganz grundsätzlich auf die Kenntnisse der Sinologie und der Ostasien-Wissenschaften generell hingewiesen, die ja an der Universität Tübingen bestens vertreten sind. Das 2016 gegründete China-Zentrum will mit dieser Vorlesungsreihe zu einer neuen Wahrnehmung beitragen. In diesem Jahr ist dies wegen zahlreicher Jahrestage besonders sinnfällig. 1919, das Datum war schon genannt, 1949 ebenfalls die Gründung der Volksrepublik China, 1989, der Aufstand am Platz des himmlischen Friedens 2009 und so weiter. Daher auch diese Vorlesungsreihe im Studium Generale, die unter dem Thema steht, China gestern, heute Morgen, die Dynamik einer Weltveränderung. Nicht zufällig greifen wir mit dem Thema der Vorlesungsreihe einen Buchtitel von 1929 auf und erinnern damit an den vor 120 Jahren geborenen und lange Jahre in Tübingen lehrenden Werner Eichhorn, der 2010, nein, das stimmt irgendwas nicht, 1990, glaube ich, schon gestorben ist. Wie sehr man dieses Bild stets neu beleuchten muss, zeigt sich daran, dass das neue China in der gegenwärtigen Fassung, also dieser rechte, von Ihnen ausgesehen ja rechte Titel, grundlegend überarbeitet wird. Das heißt, wir brauchen immer wieder eine neue Vergewisserung über das, was wir von China verstehen, insbesondere auch deswegen, weil diese Diskussion auch in China selbst stattfindet. Und auch wenn die lange Geschichte Chinas immer wieder Thema sein muss, so ist doch der Geschichte der letzten 200 Jahre und in spezieller Weise der heutigen Dynamik besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht wenige Institutionen in China selbst verorten ihr Gründungsdatum in diese Zeit. Die Vorform eines Außenministeriums gab es in China erst 1858, ein Außenministerium dann erst 1901, eine Nationalbibliothek 1909, also vor 110 Jahren. Doch um China zu verstehen, reicht es nicht aus, die Entwicklung des 19. und des 20. Jahrhunderts alleine zu skizzieren und einfach mit dem Ersten Opiumkrieg 1839 oder der Taiping-Rebellion in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder dem Boxeraufstand und dem Boxerprotokoll 1900, 1901 oder mit 1919 der neuen Kulturbewegung zu beginnen und etwa die Revolution und die Biografie Maus und Dunks passieren zu lassen oder gar mit dem Blick auf das Jahr 1989 die Proteste am Platz des himmlischen Friedens. Ach, das war die Liste der Vorlesungen, die können Sie dann im Flyer abholen. Also das war 1989 und viele von Ihnen werden sich noch an diese Bilder erinnern. Es muss nämlich auch von Chinas langer Geschichte und von China als viel völkerreich die Rede sein, was es immer schon war, auch als es in kleinerer Ausdehnung existierte. Bei dieser Diachronenbetrachtung müssen wir uns zudem einer anderen Dimension bewusst bleiben, welche ich selbst hier nur am Rande streifen kann und welche seit jeher nicht nur eine Domäne der Sinologie, sondern auch in China selbst wirkmächtig ist. Ich meine die chinesische Geistigkeit und die vielen Glaubenslehren. Es geht um Kultur und Philosophie, eine Vielfalt von durch Texte, Bilder, Landschaften und Objekte belegten Traditionen, aus denen zu jedem Bild von China ein Gegenbild aufgerufen werden kann. Wenn von China die Rede ist, muss stets auch von dem anderen China die Rede sein. Diesem anderen China muss immer wieder unsere Aufmerksamkeit gelten. Niemand hat sich dieser Seite mehr gewidmet als Wolfgang Bauer, der dieser Frage mit seinem Werk China und die Hoffnung auf Glück nachgegangen ist und in dessen Nachfolge neuere Werke stehen, von denen ich hier nur ein Werk erwähnen möchte, das soeben von Kai Marshall erschienene Buch auf den Spuren chinesischen Denkens. Angesichts des Modernisierungsschubes beschließt der Sinologe und Schriftsteller Kai Marshall seine neuesten Wanderungen auf den Spuren des chinesischen Denkens mit den Sätzen, ich weiß nicht, ob ich das hier als Zitat habe, nein, nicht, also nur so, hören Sie zu, Zitat, in vielen westlichen Hauptstädten ist das Vertrauen in die USA als Weltordnungsmacht erschüttert und in Städten wie Peking, Shanghai und Chongqing träumen viele von einer ganz anderen Welt. Im gegenwärtigen China werden die Überreste einer jahrtausendealten Kultur mit all den spirituellen Triumphen, die sie auf ihrer Suche nach flüchtigen Geisteszuständen errungen hat, zur leichten Beute eines aggressiven Nationalismus. Und oft scheint es fast so, als würden viele Chinesen den Nihilismus der globalen Gegenwart und die Widersprüche einer zersplitterten, multipolaren Welt begrüßen, weil diese schlussendlich die Überlegenheit der chinesischen Kultur unter Beweis stellt. Es gibt also viel Lesestoff für Sie, darauf möchte ich Sie hinweisen, dass China eine vielfältige Befassung nötig macht. Um China zu verstehen, bedarf es also eines Doppelblicks, thematisch, zeitlich und auch geografisch, auf die lange Geschichte, ebenso wie auf einzelne Zeiträume, sowie immer wieder auch auf einzelne Regionen und Orte. Denn der Grund dafür, dass China oft als Rätsel gesehen wird oder gar als eine Art Chamäleon, unberechenbar und undurchsichtig, liegt einfach darin, dass es vielschichtig ist, räumlich, zeitlich und geistig. Diese Vielschichtigkeit will ich nun in vier Dimensionen entfalten. Auf welches Territorium sich das Verständnis von Staatlichkeit bezieht, war in der Geschichte durchaus unterschiedlich. Ich deutete es an, zu der von manchen als Überdehnung bezeichneten Aussehnung der letzten Dynastie war schon die Rede. Seither sehen manche China als taumelndes Reich. Der in den Anfängen unübersehbaren territorialen Offenheit oder Unklarheit hat sich ein Begriff von China an die Seite gestellt, der hier kurz skizziert werden muss. Paul Goldin hat folgende sechs Elemente benannt, die seit der Schangzeit bestimmen bleiben und somit die Rede von einer mehr als 3000-jährigen Geschichte rechtfertigen. Ich will diese kurz aufrufen. Erstens die Schrift, die vermutlich zunächst vor allem für Zwecke der Kommunikation mit den Göttern und Ahnen verwendet wurde. Zweitens wurde die einzige verschriftete Sprache trotz unterschiedlicher Sprachen in den Regionen durch diese Schrift aufgenommen. Seit der Schangzeit gibt es die Praxis der rituellen Erntelmittlung glückverheißender oder ungünstiger Tage, also einen Kalender mit der Qualifizierung von Zeiten unterschiedlicher Qualität. Dieser Kalender hat natürlich etwas mit dem Ackerbau zu tun. Daneben finden Sie die Abbildung eines Orakelknochens, denn die Ermittlung glückverheißender oder ungünstiger Tage geschah auf diese Weise. Viertens, das Haus und die Haustür als Konzept des Haushalts und der Familie als soziale Grundeinheit repräsentieren das Grundprinzip patrilokaler und patrilinearer Familien- und Sippenstrukturen. Und ob es früher, ganz früher mal ein Matriarchat gegeben hat oder nicht, darüber streiten sich bis heute die Gelehrten. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Aber es muss heutzutage natürlich gesagt werden. Dies ist der Ort, dieses Haus, die Familie, an dem sich Vertrauen bildet, welches, wenn es gut geht, sich auf den chinesischen Herrscher erstreckt, welcher durch eigenhändiges Pflügen sogar im Europa der Aufklärung Aufmerksamkeit fand und als Vorbild hingestellt wurde im 18. Jahrhundert etwa. Fünftens, die Vorstellung eines göttlichen Willens, vermutlich bereits lange vor der Joe-Zeit, also schon im zweiten vorchristlichen Jahrtausend vorhanden, erhielt eine spezifische Form dann mit dem Begriff des Himmels, der Schutzgottheit des Joe-Herrscherhauses, aus dem sich nach einer traumatischen Verlusterfahrung Verlusterfahrung im 10. Jahrhundert der Begriff des Himmelsmandates Tian Ming entwickelte. Und sechstens, schließlich, die Raumordnungskonzeption nach den vier Himmelsrichtungen bildet sie sich bereits im Ausgang der Chang-Zeit, also vor mehr als 3000 Jahren und spiegelt sich im Feng Shui ebenso wie in Gräberfeldern und im Städtebau und wird ja auch heute von manchen angewendet, wenn sie ihre Gärten oder Häuser ausrichten wollen. Diesen sechs Elementen sind fünf folgende Feststellungen hinzuzufügen. Zwar wurde China in der Konfrontation mit der Außenwelt sich selbst und auch anderen immer wieder zum Rätsel, doch es gibt eine frühe Identität, das ist nicht zu bestreiten, trotz der Darstellung Chinas als Chamäleon, die man summarisch als historische Identität Chinas bezeichnen kann. Zweitens, China ist seit frühester Zeit ein Land der Einwanderung ebenso wie der Auswanderung und damit ein Land der Migration und der Grenzziehungen. Drittens, neben der ethnischen, religiösen und sprachlichen Vielfalt finden wir eine Vielzahl von Ordnungskonzepten politischer, kosmologischer, mythologischer Art, die mit den ethnischen, vor allem aber mit den religiösen Sphären oft enge Verbindungen eingingen und eingehen. Viertens, diese kulturelle Vielfalt ist zugleich mit bisher niemals wirklich aufgelösten Spannungen verbunden, die zu einem dauernden Gegensatz von Zentrifugalität und Zentripetalität führten, also zu einem Auseinanderfliegen der einzelnen Teile und auch immer wieder dem Versuch, doch irgendwie ein Zentrum zu schaffen und das Reich zu einen. Die Fliehkräfte und die Zentralisierungsbemühungen halten sich dabei nur gelegentlich die Waage und keiner weiß, wie die Zukunft aussieht, aber in der Vergangenheit haben wir immer wieder Reichsteilungen und Zusammenbrüche erlebt. Lange vor der Begegnung mit dem Westen, schließlich gibt es eine vielfältige Begegnungsgeschichte. China sah sich keineswegs immer als überlegen. An den Außenbeziehungen können wir das auf und ab von Stärke und Schwäche ablesen. Diese Seite Chinas wird am treffendsten mit dem Titel des Buches China Among Equals kennzeichnet, denn früh schon hat China versucht mit seinen Randstaaten Beziehungen aufzunehmen, diese durch Tributabgaben zu befrieden und auf diese Weise sich oft Frieden zu erkaufen, auch dann, wenn die Nachbarn stärker waren als China, was zu Zeiten, das ist schon über tausend Jahre her, zum Beispiel das tibetische Reich mal war und auch andere Fälle, die Mongolenherrschaft ist ihnen vielleicht noch eher deutlich als die von der Mongolei aus im 13. Jahrhundert China in das mongolische Weltreich integriert wurde. Und die letzte Dynastie schließlich war ja auch keine chinesische, ursprüngliche, sondern eine von dem Volk der Manchuren errichtete Dynastie, die natürlich sich dann irgendwie sinisierte, das im Einzelnen darzustellen, würde jetzt zu weit führen, aber diese Vielfalt sollte hiermit angedeutet sein. Nach Chinas Eintritt in die Weltgesellschaft, wie man die Entwicklungen im späten 19. Jahrhundert dann auch bezeichnet hat, erschien vielen, als wolle sich China dem Kreis der Nationen anschließen. Ein Titel, ein Buch, viel gelesen, sagt es China's Entrance into the Family of Nations. So wurden Staatlichkeitsvorstellungen und der Nationsbegriff zusammengespannt, auch auf chinesischer Seite. Dabei suchte man sich einerseits an westliche Vorbilder anzulehnen, bezog sich vor allem aber auf die Klassiker und dabei jenen Klassiker, denen man das Bild eines chinesischen Idealstaates entnahm, dem Zhou Li. Darin wird der Staat nicht theoretisch, sondern in seiner performativen Seite geschildert. In den Worten Rudolf Wagners, ich zitiere, der Staat tritt hier als eine Art Gesamtperformanz von ritualisierter Ordnung auf. Diese selbstregulative Gesellschaft, welcher der Staat das Bild der ritualisierten Ordnung vorführt, braucht staatliche Eingriffe nur im Extremfall, dann jedoch mit aller Härte. Und weiter, das Zhou Li, also diese Riten der Zhou, beschreibt einen Staat, der als Garant von Ordnung unverzichtbar ist, aber bei falscher Führung auch die Ursache von Chaos ist, in dem jedoch keine göttliche Autorität als Quelle von Ordnung oder Verderben vorkommt. Um Chaos zu verhindern, werden zwar keine Institutionen der Wahl, Akklamationen oder andere Zustimmungsformen eingeführt, dafür jedoch zahlreiche Institutionen der staatlichen Selbstregulation. Und dann, noch ein Zitat, das Zhou Li beschreibt, einen Staat der rituellen Performance, dessen Legitimität allein auf dem Erreichen des Staatsziels Ordnung beruht. Einen Staat, der selten und nur dort eingreift, wo alle anderen präventiven Chaos verhütenden Maßnahmen versagt haben. Und ich war gerade letzte Woche in Nanking, da hat man das Gefühl, das funktioniert da schon so. da ist alles ziemlich geordnet. Ohne, dass man das Gefühl hat, dass man, ich selber bin bei Rot immer stehen geblieben, viele chinesische Passanten sind doch gegangen, also da habe ich gedacht, die sind vielleicht doch freier als ich. Bei der heutigen Neuvermessung ist auf diese Vorstellungstradition des ordnungsstiftenden Staates Bezug zu nehmen. Blicken wir in das 18. und das 19. Jahrhundert zurück, als Russland seine Grenzen nach Osten erweiterte, aus der Etappe erkundet durch Alexander von Humboldt, der sozusagen den russischen Truppen folgte und wir verehren Alexander von Humboldt ja auch heute noch und als die Vereinigten Staaten von Amerika, die andere der europäischen Flügelmächte sich weiter ausdehnten, innerlich konsolidierten und die indianische Bevölkerung weiter dezimierte. Zu jener Zeit hatte China seinen Zenit überschritten und drohte zur Beute europäischer Mächte und dann auch des japanischen Kaiserreiches zu werden. Das sehen Sie etwas angedeutet an dieser Karte. Seine größte Ausdehnung hatte China unter der Herrschaft des manchurischen Kaiserhauses bereits im 18. Jahrhundert erreicht und war inzwischen zu einem mehrsprachigen Vielvölkerreich geworden. Das ist deswegen so wichtig, weil es heute diese Mehrsprachigkeit, diese Multietnizität ja weiterhin gibt und sie weiterhin Thema ist. Ich sagte es schon. Doch anders als Westeuropa hatte sich unter wechselnden machtpolitischen Konstellationen ein System von Herrschaft und Verwaltung herausgebildet, welches bei aller Vielfalt als chinesisch zu bezeichnen ist. Ein Hauptmerkmal dieses Reiches war die zunehmende Unfähigkeit, die innere Vielfalt auszuhalten. Und das ist vielleicht heute immer noch der Fall. Wenn die Volksrepublik heute unter dem Druck des internationalen Wettbewerbs die Identität Chinas betont und von einem gesamtchinesischen nationalen Schicksal zu sprechen pflegt, wird leicht die innere Vielfalt traditionell verbunden mit einem hohen Maß an Toleranz vergessen. Stattdessen überwiegt die Angst vor der Vielfalt, vor Unruhen und Chaos, die seit dem späten 18. Jahrhundert das Reich kennzeichneten und vor denen man heute noch Angst hat. Andererseits aber gibt es eine Chance. Etwas zugespitzt könnte man sagen, China, so verletzlich es an seinen Rändern sein mag, könnte durch seine über Jahrhunderte gewachsene kulturelle Identität mehr als jedes andere der großen politischen Einheiten, mehr auch als Russland oder die USA von einer Stabilitätserwartung getragen sein, gerade weil es sich seiner Fragilität weiterhin bewusst ist. An diesen Gedanken knüpfen die erwähnten Beschwörungen des anderen China an. Die Einsicht in diesen Zusammenhang könnte übrigens, ich wiederhole mich, in Europa zu einem neuen Nachdenken führen, gerade die europäische Vielfalt als Garant der eigenen Stärke zu sehen und die innereuropäische Politik davon leiten zu lassen oder noch kürzer, gerade ein differenziertes, vielfältiges Europa der Regionen und der Subsidiarität bietet, wie in der Vergangenheit, vielleicht auch in der Zukunft, die größten Erfolgsaussichten. Dies gilt vor allem auch deshalb, weil Europa statt der früher gewählten militärischen Konfliktaustragung, so glauben wir wenigstens gern, andere Formen der Aushandlung von Interessen und Standpunkten eingeübt hat. Wir glauben es jedenfalls, denn so wie Europa aus vielen regionalen, nationalen und zugleich international weltbürgerlichen Identitäten sich gebildet hat und heute noch bildet, so ist auch China in ähnlicher Weise zusammengesetzt. Es stellt sich also heute deutlicher als je zuvor die Aufgabe, die historischen Tiefenstrukturen zu analysieren und die vielfältigen staatspolitischen und philosophischen Ansätze in der frühen Neuzeit, sowohl in China wie in Europa zu rekonstruieren und kennenzulernen. Dabei wird man sich der Einsicht stellen müssen, dass ein Zusammenhalt größerer territorialer Verbände nicht notwendigerweise nach dem Muster nationaler Einigung, sondern eher nach föderalen und regional durchaus differenzierenden Mustern organisiert werden kann. Ich selber habe diese Perspektive im letzten Jahr in meiner Diagnose der chinesischen Kultur unter dem Titel Chinas leere Mitte dargelegt. Natürlich geht es bei der Diagnose der Gegenwart vorrangig um die Dynamik des 20. Jahrhunderts, denn das liegt uns noch am nächsten. Und für China um den Zwang zur Bildung eines Einheitsstaates, der eben auch erkennbar wird aus dieser Karte, die Sie hier sehen, aus der Zeit um 1900, als China eben drohte zur Kolonie und zum Besatzungsgebiet vielfältiger fremder Mächte, nicht zuletzt Japans zu werden. Auch wenn China seit 150 Jahren dem Westen nachahmt, hat es dabei doch immer Stimmen gegeben, die nach der Bewahrung von Chinas Identität riefen. So wurden die importierten Konzepte und Ordnungsvorstellungen aus dem sich modernisierenden Westen, ein Begriff eher in Anführungszeichen setzen, weil wir auch über den Westen uns so klar ja eigentlich doch nicht sind, auch in China hinterfragt und wieder zur Disposition gestellt. Die Bedeutung dieses Diskurses liegt vor allem in seiner Rolle für die Konstituierung von China und Asien Bildern des Westens. Das Unbehagen gegenüber China wird auch durch solche Bilder gestützt. Diese tragen ihrerseits dazu bei, dass es manchen schwerfällt anzuerkennen, dass dieses Land mit seiner Bevölkerung immerhin 1,4 Milliarden aufholen und sich einen adäquaten Anteil am Wohlstand der Welt sichern will und vielleicht genauso viel konsumieren will pro Kopf wie wir. Das kann man doch mit Fug nicht als Bedrohung empfinden, sondern kann uns ja eigentlich nur Glücksgefühle verschaffen, wenn wir sehen, dass so viele Menschen auf dem Weg sind, dass es ihnen genauso gut geht wie uns. Dabei gilt es anzuerkennen, dass China nicht mehr nur Zuschauer bei dem seit dem frühen 19. Jahrhundert inszenierten Great Game bleiben will und auch nicht bleiben kann. Doch darüber, welche Rolle Chinas bei dem Sortieren des gegenwärtigen globalen Chaos einnehmen könnte, gibt es keine Einmütigkeit. Das war schon auf der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen im Dezember 2009 unübersehbar und dies wiederholt sich jetzt bei der Frage einer Vereinbarung über die Begrenzung von Mittelstreckenraketen. Mit Sicherheit wird dieses Sortieren des globalen Chaos noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir sind Zeitgenossen, Zuschauer, vielleicht auch Leidtragende. Verschiedene Aspekte und Rahmenbedingungen für die Rolle Chinas in diesem Prozess werden die einzelnen Beiträge zu dieser Ringvorlesung deren Übersicht ich Ihnen nochmal vorlege. Da ist es, ich werde Sie jetzt nicht im Einzelnen aufrufen, sondern wie gesagt, Sie haben dazu ja auch den Flyer. Da ist die neue Seitenstraße, das Lieblingsprojekt von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es heißt auf Chinesisch nicht die neue Seitenstraße, aber bei uns wird es so kolportiert und erinnert eben an den Freier von Richthofen. Diese Infrastruktur und Investitionsprogramm ist eine Herausforderung und Chance zugleich. Ob die Behauptung zutrifft, dieses Projekt treibe ganze Länder erst in die finanzielle, dann in die politische Abhängigkeit Pekings, muss ich noch erweisen. Natürlich führt das Projekt 16 plus 1, an dem 11 osteuropäische EU-Mitglieder teilnehmen, genauso wie fünf Balkanstaaten und als siebzehntes Mitglied die Volkshoch Blick selbst zu Irritationen, wie sie ja täglich auch der Presse entnehmen. Beruhigend stellt immerhin Herfried Münkler, der Berliner Politikwissenschaftler, fest und fasst dies in der Süddeutschen Zeitung von 19. März nach einer Besprechung des Buches von Peter Frankopan, die neuen Seidenstraßen, Gegenwart und Zukunft unserer Welt, mit der Bemerkung zusammen, ich zitiere Herfried Münkler, China sei nicht auf dem geopolitischen Weg zur Seemacht, sondern konzentriert sich auf Landverbindungen, das spricht dafür, dass die USA und China miteinander auskommen könnten, wenn beide eine rationale Politik betreiben und ihre langfristigen Interessen verfolgen. Welche Rolle dabei Europa spielt, das werden wir dann auch erleben. Die Worte von Gottfried Wilhelm Leibniz, Friedrich Schiller und die Erkundungen des Geografen von Richthofen erinnernd, gilt es heute, China neu zu betrachten. Ein neuer offener Blick, ein offenes Ohr für China und das Chinesische können übrigens ein intellektuelles Vergnügen bescheren. Dabei eröffnet sich einem ein Reichtum, der einen geradezu überschwänglich stimmen könnte. Denn China ist eben keine maskierte Porzellanwelt, die übrigens bereits August der Starke in ihrer Perfektion noch überbieten konnte, nachdem er in Meißen eine Manufaktur errichtete, die dann noch Schöneres produzierten, als man aus China je importieren konnte. China China ist ein großer Teil der Menschheits Geschichte, immer schon in Bewegung, lebendig, innovativ, technisch, kulturell, literarisch, musikalisch, theatralisch, neuerdings auch modisch und natürlich auch kulinarisch und vieles mehr. Daher stimme ich gern Hubert Lienhardt zu, bis Anfang dieses Jahres Vorsitzende des Asien-Pazifik- Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, der bereits 2016 sagte, ich weiß nicht, ob er es heute noch so sagen würde, das werden Sie dann in der übernächsten Vorlesung hören, wenn er selber hier stehen wird, ich zitiere, es kann nicht von Nachteil sein, wenn Deutschland und China stärker verwoben werden, auch mittelfristig machtpolitisch nicht und wenn unsere Märkte offen bleiben, können wir auch von China mehr fordern in puncto Marktzugang. Zitat Ende. Was für die Märkte gilt, sollte auch für Wissenschaft und Forschung gelten, Internationalisierung bleibt eine Baustelle auch an dieser Universität. Wir, und damit meine ich uns alle, also auch Sie, meine Damen und Herren, sind Teil eines andauernden Meinungsbildungsprozesses, der Teil der öffentlich geführten Debatten ist. Wenn Frank Kraushaar am 5. März in der Frankfurter Allgemeinen unter der Überschrift Mitschuld des Westens, jetzt muss ich noch ein bisschen durchklicken. Da habe ich irgendwas falsch gemacht? Vielleicht ging das zu schnell. Ich spreche trotzdem weiter und versuche nun, also, vielleicht war es sogar meine Schuld, habe ich irgendwie meine Hand zu sehr auf das Pult gelegt. Also, wenn Frank Kraushaar am 5. März 1919 in der FAZ unter der Überschrift Mitschuld des Westens, China sucht Hegemonie, keine Partnerschaft, schreibt, der Westen und damit die eigentliche Kraftfälle für Chinas wirtschaftlichen und politischen Aufstieg während der letzten 40 Jahre, hat in demselben Zeitraum mehrere Chancen vertan, um die freiheitlichen und pluralistischen Kräfte, an denen es der chinesischen Gesellschaft wiederum im Gegensatz zur russischen nie wirklich gefehlt hat, zu stärken. So ist dann diese Aussage mindestens zweierlei falsch. Den Westen als eigentliche Kraftfälle für Chinas Aufstieg zu bezeichnen, leugnet die chinesischen Eigenleistungen. Zudem hat der Westen seit dem 19. Jahrhundert alles dazu getan, dass sich China bedroht fühlen musste und sich daher früher derjenigen Spielart westlicher Weltbewältigung zuwandte, nämlich dem bolschewistischen Russland, die noch am ehesten Entwicklungen zu ermöglichen versprach. Diese ganzen Zusammenhänge dürfen wir eben einfach nicht vergessen und solche Sätze, wie sie sie heute in der Presse lesen, müsste man noch genauer analysieren, weil sie einfach auf Irrwege führen, aber das ist an einzelnen Texten dann in Seminaren oder auch in Gesprächen weiter abzuarbeiten. Ich will hier nur auf diese Widersprüche und diese Fehlurteile hinweisen. Trotzdem hat natürlich China weiter vom Westen gelernt und tut dies weiterhin, wenn dies nun dazu führt, dass die amerikanische Bundespolizei in einer 13-seitigen an die amerikanischen Hochschulen gerichteten Informationsschrift mit dem Titel China ein Risiko für die Forschung Studenten aus China als eine neue Gefahr für die nationale Sicherheit bezeichnet, dann finde ich selbst das alarmierend. Statt voneinander zu lernen, miteinander zu sprechen, wird Misstrauen gesät und bereitet den Boden für neue Konflikte. Eberhard Sandschneider, der deutsche China-Politikwissenschaftler, in einem Interview des Deutschlandfunks vor wenigen Wochen, Zitat, der Handelsstreit, das ist nur ein winziger Teil des Gesamtpaketes an unterschiedlichen Interessen und konfligierenden Interessenlagen zwischen China und den Vereinigten Staaten. Ich gehe fest davon aus, dass wir erst den Anfang eines Konfliktes sehen, der uns in den nächsten zwei bis drei oder vier Jahrzehnten beschäftigen wird. Das ist der transpazifische Konflikt, der das 21. Jahrhundert prägen wird. Dem entspricht die Containment-Politik der USA, der wir in Europa-Formen der Vertrauensbildung entgegensetzen sollten. In meinen bisherigen Darlegungen habe ich die Vielschichtigkeit und Komplexität Chinas in den Vordergrund gerückt. Dies macht es vielleicht verständlich, dass die Diskurse in China über die eigene Geschichte und die damit verbundenen Selbstauslegungsdebatten Skepsis hervorrufen. Jürgen Osterhammel hat dies von dem Nebel historischer Tiefenlegitimierung sprechen lassen, mit der China seine Politik wie kein anderer Staat der Welt umgibt. Solche Skepsis könnte Ausgangspunkt für eine neue Verständigungsbemühung sein. Hier gilt auch, was stets zur Beschäftigung mit Fremdem zutrifft und was von Überlegungen zu einer allgemeinen Anthropologie ich will jetzt auf die Begrifflichkeit im Einzelnen nicht eingehen zu sagen ist, es geht darum, die Strukturen anderer Kulturen als potenziell eigene zu sehen, mit dem Ziel zwischen subjektiver eigener Perspektive und einer Objektivität, die in einer umfassenden Subjektivität besteht, zu unterscheiden. Wichtig ist aber nicht nur das Element der Kritik, Ernst Tugend hat das einmal folgendermaßen formuliert und da dieser Text etwas kompliziert ist, habe ich ihn, na das war der Handelsstreit, das hatten wir eben, in einem Text formuliert, der gewissermaßen den Kern dieser Frage, wie gehen wir mit dem Fremden um, was uns irritiert, welches Werte transportiert, welche Werte transportiert, von denen wir nicht sicher sind, ob wir sie teilen sollen, ob wir uns dem anschließen sollen, aber von der wir auch nicht sicher sind, ob sie nicht manches Leben repräsentiert, welche sogar für uns auch eine Möglichkeit wäre. Also beim Stäbchenessen ist das ja keine Frage, ob man das Besteck mit Stäbchen austauscht, aber es gibt eben andere grundlegende Fragen, auch gesellschaftlicher Organisation oder moralischer oder auch von Glaubensüberzeugungen, über die man dann sich unterhalten muss und über die es unter Umständen auch zu Streit kommen kann, etwa wenn es um die Frage geht, Fragen, die wir auch heute diskutieren, wie man mit den Organen gerade verstorbener Menschen umgeht und wann man die wie und unter welchen Bedingungen verwertet. Ernst Dugend hat ein Tübinger auch und deswegen wollte ich diese mir so wichtigen diese Passage hier Ihnen nicht vorenthalten, schreibt, die Lebensweise in anderen Kulturen wird als eine mögliche eigene gesehen. Das impliziert, dass man die fremden Kulturen ebenso wie die eigene Tradition einer rationalen Kritik unterwirft. Das ist schon sehr anstrengend. Der imaginäre Dialog ist ein rationaler fordert er dann nicht, wie das bei Gardame erscheint, einfach ein Gespräch und das bedeutet, dass wenn fremde Kulturen Annahmen machen oder auch die eigene Annahmen machen, die ich nicht als begründet anerkennen kann, wie Götterglauben oder nur auf traditionelle Autoritäten beruhende Moral, die zweimal eine Kenntnis des Menschen in dritter und vielleicht zweiter Person vergrößern kann, für die Erweiterung meines und unseres Selbstverständnis ist, in erster Person aber verworfen wird. Natürlich geht es auch um diese Frage der Aushandlung von Positionen und da muss man und soll man auch ruhig seine eigene Position finden, aber was ist besser geeignet, als sich gerade mit dem Fremden zu beschäftigen, um eben die eigene Position dann auch zu finden und wo man dann am Ende landet, das ist vielleicht oft auch nicht immer vorhersegbar. Dieser Gedanke also scheint mir essentiell, weil darin der Unterschied zwischen einem Verstehen Chinas und der Haltung eines unkritischen Verständnishabens beschrieben wird, denn darum geht es uns natürlich nicht, alles für gut zu erklären, was in China passiert oder stattfindet, aber um es zu verstehen, können wir uns bemühen und das erfordert eben einige Anstrengungen und nicht eine Vorab Klassifizierung, ohne dass wir uns auf die Sache selber eingelassen haben und gerade weil es hier ja um diese Frage ein China Versteher ist einer, der alles in China gut findet, wäre nicht meine Definition, sondern China Verstehen heißt in einen reflexiven, kritischen Dialog einzutreten. Andererseits herrscht gerade gegenwärtig in der kommunistischen Partei Chinas eine starke Neigung, einem säkularen Wahrheitsdokermatismus zu folgen und die innere Vielfalt einer Uniformitätsidee zu unterwerfen, das ist nicht zu verkennen. Der kommunistischen Partei mag es darum gehen, wenn Sie zum Beispiel durch einen Park gehen, wo Sie dann einen Satz Xi Jinping führen, der dazu auffordert, eben den speziellen Sozialismus chinesischer Prägung durch Anstrengung und Kampf zu verwirklichen, Es geht aber nicht darum, das typisch chinesische oder die Chineseness zu konstruieren oder zu rekonstruieren, sondern jenseits solcher Konstruktionen eine reflexive Bestimmung Chinas zu finden. Ganz allgemein geht es um die Aufrechterhaltung von Autonomie und Zukunftsoffenheit, bei welcher der Fiktion, der Alternativlosigkeit kein Raum gegeben wird. Das schließt nicht aus, sondern ausdrücklich ein, dass jeder Akteur seinen vermeintlichen oder gegebenenfalls objektiven Interessen folgt oder doch diese zur Geltung zu bringen versucht. Es geht also noch um eine andere Autorität hier aufzurufen, nämlich Hanna, ja das ist zum Beispiel ein Schild, was wir gerade vor zwei Wochen entdeckt hatten und meine Begleiter auch noch nicht kannten, als wir durch die Pekinger, den Campus der Pekinger Universität gingen und plötzlich war da ein Schild, hier ein Institut zur Erforschung der Xi Jinping Gedanken und man denkt, jetzt ist es aber vollkommen durchgeknallt, jetzt soll also Xi Jinping denken wie bei Mao Zedong in allen Universitäten gelehrt werden. Wenn man genauer hinschaut und dann auf andere Universitäten kommt, dann merkt man, das ist nicht überall dasselbe und es gibt auch durchaus differenzierte und distanzierende Positionen auch von vielen Mitgliedern, von denen man eigentlich annehmen kann, dass sie relativ sonst in dem System eine wichtige Rolle spielen und eingebunden sind in den Diskurs der kommunistischen Partei. Also solche Einzelentdeckungen sind dann vielleicht ein Artikel oder eine Pressemeldung wert, aber bei weiterem Hinsehen zeigt sich, dass das oft nur so Nebenblüten sind und nicht unbedingt das ganze Bild beschreiben. Und nun zu einem wieder längeren Text, den ich sogar auf zwei Folien geteilt habe, weil er so furchtbar lang ist, aber der eine Überlegung vorträgt, die mir sehr wichtig ist, wenn es um das Verständnis anderer, um das Verständnis innerhalb einer Kultur, aber auch über kulturelle Grenzen hinweg geht. Hannah Arendt hat in dieser Hamburger Lessing-Rede Folgendes gesagt, für die Griechen aber lag das eigentliche Wesen der Freundschaft im Gespräch und sie waren der Meinung, dass das dauernde Miteinander Sprechen erst die Bürger zu einer Polis vereinige. Im Gespräch manifestiert sich die politische Bedeutung der Freundschaft und der ihr eigentümlichen Menschlichkeit, weil dieses Gespräch, so sehr es von der Freude an der Anwesenheit des Freundes durchdrungen sein mag, der gemeinsamen Welt gilt. Das ist mir wichtig, der gemeinsamen Welt gilt, die in einem ganz präzisen Sinne unmenschlich bleibt, wenn sie nicht dauernd von Menschen besprochen wird. Denn menschlich ist die Welt nicht schon darum, weil sie von Menschen hergestellt ist, sondern erst, wenn sie Gegenstand des Gesprächs geworden ist. Erst indem wir darüber sprechen, vermenschlichen wir, was in der Welt ist und in diesem Sprechen lernen wir, menschlich zu sein. Diese Menschlichkeit, die sich in den Gesprächen der Freundschaft verwirklicht, nannten die Griechen Philanthropia, eine Liebe zu den Menschen, die sich darin erweist, dass man bereit ist, die Welt mit ihnen zu teilen. Und im Grunde geht es uns ja heute, wo immer wir uns aufhalten und mit wem in der Welt wir Handel treiben oder uns begegnen, doch genau um dieses Thema, dass wir die Welt mit anderen Menschen teilen und dass das gelegentlich nicht ohne Anlauf möglich ist, das ist uns klar, aber gerade deswegen ist auch eine solche Vorlesungsreihe zu China, welches ja immer in aller Munde ist, wichtig und bezieht sich natürlich nicht nur auf China, sondern bezieht sich insgesamt darauf, wie wir mit anderen Menschen, anderen Ländern, anderen Kulturen umgehen. Wenn wir es ernst meinen, mit unserer eigenen Verfassung, übrigens auch von 1949 und der Rede von der Würde des Menschen, dann muss uns vor allem an diesem Gespräch gelegen sein, zwischen Europa und China, aber auch zwischen anderen, auch Amerika. Natürlich gehört dazu, dass wir die informationellen Umfelder berücksichtigen, denn wir sind inzwischen alle Teil von Informationsnetzwerken. Ein Reisender berichtet, ich zitiere, Chinesen nehmen neue Technologien selbstverständlicher und schneller in ihren Alltag auf als Europäer. Manchmal scheint es, dass es bei uns auch schon sehr schnell geht. Auch Bezahl-Apps wie WeChat Pay oder Alipay, die sind einfach praktisch und schon extrem verbreitet. Jedes Mal, wenn ich auf meiner Reise mit Bargeld zahle, fühle ich mich wie ein Besucher aus der Steinzeit. Ich habe auch gedacht, als ich jetzt nach China fuhr, ich kann mit den Renminbi, die ich da noch als Scheine in der Tasche habe, nichts anfangen, aber man konnte auch noch mit Bargeld bezahlen. Daraus entstehen natürlich neue Abhängigkeiten, aber es liegt natürlich auch an uns, ob wir uns hier auf eine bargeldlose Welt einlassen, ohne Kassiererin, ohne jemand, mit dem ich noch rede, wenn ich da die Ware einpacke oder ob ich mich auf eine Welt ohne Bargeld einlasse und vielleicht auch auf eine Welt der Zensur oder wie auch immer. Ich komme langsam zum Schluss. Vielleicht hatte Max Weber recht und ich meine, er hatte recht, wenn er sagt, dass die politischen und ökonomischen Schicksale nicht nur von günstigen Umständen und von Gelegenheiten, sondern wesentlich auch von der Eigentümlichkeit der Gesinnung, der praktischen Stellungnahme zur Welt abhängen. Das knüpft im Übrigen an, an das, was Hannah Arendt ausführen wollte. Darüber nachzudenken ist ein Anliegen des China-Zentrums Tübingen, auch im Sinne seines Stifters Karl Schlecht, der vielleicht sogar da ist, aber ich sehe nicht, wenn er da wäre, wäre hiermit begrüßt. Das China-Zentrum Tübingen will zu einem hohen Standard an Informiertheit und Reflexivität, man könnte auch sagen, Nachdecklichkeit beitragen, den wir in allen unseren wissenschaftlichen Bemühungen in sämtlichen Fachgebieten anstreben, auch in unserem wissenschaftlichen Umgang mit China. Dabei bedienen wir uns nicht nur alle heute möglichen Formen der Wissensaneignung und Überprüfung, sondern wir fördern die allgemeine Beschäftigung mit China, den Umgang mit der chinesischen Sprache und das gemeinsame Lernen von Studierenden aus China und Deutschland oder China und Europa. und brauchen dazu keine Anweisungen, dass wir Studierende, die aus anderen Teilen der Welt kommen, gleich als potenzielle Spione oder gar als Gefahr brandmarken. Von Europa gilt, nochmal zurückkommend auf unsere eigene Situation, ein starkes Europa wird es ohne eine gemeinsame Erinnerung und die Reflexion der eigenen Geschichte nicht geben. Dazu gehört natürlich auch der Westfälische Friede, dazu gehört der Wiener Kongress und dazu gehört die lange gemeinsame Geschichte auch der gemeinsamen Kriege oder gegeneinander geführten Kriege vielleicht besser. Solange sich die Bürger Europas ihrer gemeinsamen Erbschaft aber nicht bewusst sind und diese Gefahr droht immer wieder, werden sie allein ihren nationalen Optionen folgen, statt sich immer auch in einem vernetzten Europa zu verstehen. Zu einem starken europäischen Bewusstsein und einer innerdeutschen Verständigung gehört in europäischen Verständigung, aber das andere wäre auch noch ein Thema, gehört die Anerkennung, dass die Weltkriege ebenso wie der Westfälische Friede, der Reichsdeputations Hauptschluss von 1803, der Wiener Kongress und auch der Holocaust alle eine europäische Dimension hatten und somit auch gemeinsames europäisches Erbe sind. Das können Sie leicht sehen, wenn Sie an das Holocaust Memorial in Manhattan gehen, wo diese europäische Dimension vor Augen geführt wird. Die europäische Familie und ein europäisches Haus brauchen nicht nur Frieden und Solidarität, sondern auch eine neue Freiheit ihrer Mitglieder, die ohne einen unverstellten Blick auf die gemeinsame Geschichte wohl nicht zu haben ist. Und Gleiches gilt auch für China, eine eigene, zugleich aber auch eine Vielzahl einander widersprechender Geschichten kennt. Wenn Sie in China reisen, werden Sie sehen, dass die Menschen in Peking etwas denken und die in Nanking denken etwas von Nanking und denken, sie sind viel lieber da und nicht in Peking und würden da auch gar nicht so gerne hin. Und diese Diversität kann man auch dort erkennen. deswegen haben wir bewusst für die Vorlesung in der nächsten Woche, weil eben diese sich widersprechenden Geschichten auch eine Rolle spielt, den Beitrag von Susanne Weiglin-Schwirzig mit einem Blick auf die 4. Mai-Bewegung 1919 gewählt, denn wenn Sie heute mit Chinesischen oder Vertretern chinesischer Institutionen über 1919 sprechen, dann merken Sie, dass das inzwischen ein etwas kompliziertes Thema ist und zwar war die 4. Mai-Bewegung lange Zeit als Beginn von Chinas Gegenwart erinnert, sehr gefeiert, ist aber heute erneut umstritten. Die Traditionskritik der 4. Mai-Bewegung 1919, wo man Konfuzius verwerfen wollte und das Alte überwinden wollte, steht dem neu verordneten Nationalstolz heute entgegen. Heute soll das Chinesische und Chinas Beitrag in den Vordergrund gestellt werden, eine Tendenz, gegen die es auch Widerspruch gibt, aber die überwiegend aufgerufen wird. Auch ist das Datum leicht mit dem Tiananmen-Massaker vom 4. Juni 1989 in Verbindung zu bringen. Ein Bild von dieser Demonstration zeigte ich vorhin getragen von jener Partei, die sich 1949 an die Spitze der neu ausgerufenen Volksrepublik China stellte und noch heute dort steht. Daraus resultiert heute eine gewisse Nervosität und eine Tendenz zur Gleichschaltung und Überwachung. Dieses China, welches Sie erleben, wenn Sie dorthin fahren, von dem Sie hören, wenn Sie in der Presse lesen, hat sehr viele Facetten und ich hoffe, mit meinen Ausführungen einige Hinweise zur Neuvermessung Chinas gegeben zu haben. Ich hoffe, dass diese Neuvermessung dann in den nächsten Stunden nicht nur weitergeht, das wird Sie gewiss, sondern auch weiter Ihre geschätzte Aufmerksamkeit findet und danke Ihnen heute für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.